Flugreisen gelten zu Recht als das schlimmste ökologische Verbrechen überhaupt. Denn die Folgen für Umwelt und Klima sind verheerend und so wird weltweit fleißig an ökologischem und günstigem Treibstoff für Flugzeuge geforscht. Einem chinesischen Forschungsteam ist jetzt vielleicht der Durchbruch gelungen. Sie haben nämlich aus Pflanzenabfällen Bio-Flugzeugbenzin entwickelt, das eine höhere Energiedichte als Kerosin hat. Somit soll es tatsächlich konkurrenzfähig zum herkömmlichen Hochleistungstreibstoff sein. Klick zum Science & Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Daran gibt es nichts zu rütteln. Kerosin als fossiler Brennstoff ist alles andere als umwelt- und klimafreundlich. Deswegen gibt es Überlegungen auch in der Luftfahrt auf Elektroantrieb umzurüsten. Einziges Problem noch die Reichweite. Eine andere umweltschonende Alternative zum fossilen Kraftstoff könnten Biokraftstoffe sein. Schon jetzt testen einige Airlines Bio-Kerosin und mischen ihn zum gewöhnlichen Sprit hinzu. Solche sogenannten Drop-In-Fuels erzeugen bei ihrem Verbrennen zwar auch Treibhausgase, doch ihre Nettobilanz könnte CO2-neutral sein, wenn sie aus pflanzlichem Material hergestellt werden. Das Problem? Das Bio-Kerosin ist fast dreimal teurer als das normale und ist daher alles andere als wirtschaftlich. Das Ziel vieler Forschungsteams weltweit ist es, Bio-Flugzeugbenzin zu produzieren, das eine höhere Energiedichte hat als gewöhnliches Kerosin. Denn so könnte es dann auch wirtschaftlich lohnend sein. Dazu der chinesische Physiker Ning Li. Der Einsatz von hochdichtem Flugzeugkraftstoff kann die Reichweite und Nutzlast eines Flugzeugs erheblich erhöhen, ohne dass dafür größere Tanks benötigt werden. Bisher allerdings fehlt ein Syntheseweg für diese Polyzykloalkane aus Zellulose. Als Ausgangsbasis des Bio-Flugbenzins aus diesem neu entwickelten Syntheseweg könnten Pflanzenabfälle wie Stroh, Maisstängel oder Sägemehl dienen. Ziel der chinesischen Physiker war es, diese in das Gemisch aus ringförmigen Kohlenwasserstoffen umzuwandeln, das für Kraftstoffe typisch ist. Dafür haben die Fachleute in einem ersten Schritt die Zellulose aus den Pflanzenresten herausgelöst. Mit der organisch-chemischen Verbindung namens Dichlomethan haben sie die Zellulose dann in die chemische Verbindung namens 2,5-Hexanedion umgewandelt. Das funktioniert bei normaler Temperatur und normalem Druck. Das 2,5-Hexanedion wird dann mehrmals mit Wasserstoff zusammengebracht und reagiert so zu längeren Ketten aus ringförmigen Kohlenwasserstoffen. Laut dem Bericht der Fachleute konnten sie durch diesen Syntheseweg eine mehr als 70-prozentige Ausbeute des Kohlenwasserstoffes erreichen. Letztendlich bringen Katalysatoren den Syntheseweg dann zu Ende und Polyzykloalkane mit 12 und 18 Kohlenstoffatomen entstehen. Laut der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist dieses Ergebnis eine Premiere. Unseres Wissens nach ist dies der erste Bericht über die Synthese von Polyzykloalkanen aus 2,5-Hexanedion und Wasserstoff. Entstanden ist also ein Kohlenwasserstoffgemisch, das zum einen als hochdichter Flugzeugkraftstoff verwendet werden kann. Aber nicht nur das, zudem kann das Gemisch laut der Experten und Expertinnen auch zu herkömmlichem Kerosin dazugegeben werden und damit Umweltbilanz und Energiedichte verbessern. Dazu das Fazit von Lee. Unser Biokraftstoff kann die CO2-Emissionen der Luftfahrt senken, weil er aus Biomasse entsteht und eine höhere Energiedichte als konventionelles Kerosin besitzt. Das Besondere an diesem Syntheseweg ist, dass nicht nur die Ausgangsstoffe günstig sind, sondern auch die Produktion an sich. Bedingt dadurch, dass nur wenige Reaktionsschritte nötig sind, können die Energiekosten minimal gehalten werden. Somit ist der Biokraftstoff für Flugzeuge laut der Fachleute eindeutig konkurrenzfähig zu gewöhnlichem Hochleistungstreibstoff und somit auch wirtschaftlich lohnt. Dennoch, es gibt eine große Herausforderung. Denn bei dem für die Synthese notwendigen Dichlomethan handelt es sich um ein giftiges und umweltschädliches Lösungsmittel. Und so muss das Forschungsteam noch dringend nach einer Alternative suchen, die in der Lage ist, die Zellulose effektiv umzuwandeln. Somit fehlt uns also weiterhin eine ökologisch und wirtschaftlich überzeugende Alternative zu Kerosin aus fossilen Brennstoffen. Aber der Weg ist jetzt klar, jetzt muss also dringend weiter geforscht werden. Denn die CO2-Emissionen des Luftverkehrs tragen schon jetzt zur globalen Erwärmung mit etwa 5 Prozent bei. Was das Ganze nicht besser macht, Fachleute prognostizieren ein jährliches Wachstum des Luftverkehrs von etwa 4 Prozent. Elektrisches Fliegen vor dem Start. Draufklicken, anschauen und klick zum Abonnieren. Bis dann, bleibt dran!